Lena, du musst sofort kommen. Ich hab schon abgedrückt. Ach du Scheiße. Ich fand das war ein sehr schönes Spin-Off dieses erfolgreichen Kinofilms aus dem Jahr 1900, keine Ahnung. Wir haben uns unfassbar viel Mühe gegeben. Wir haben tonnenweise, literweise geschwitzt. Ja, in erster Linie du, ich ja nicht so. Ja, ist richtig. Also ich, ich hab geschwitzt wie Sau. Blut und Wasser. Ich habe dafür schon mal abgedrückt, aber das ist ja auch was wert. Das hast du sehr gut gemacht. Danke. Ich würde ja fast gerne nochmal diese, wir haben doch diese eine Szene in Zeitlupe. Kriegst du die nochmal einmal in echt hin? In Zeitlupe oder in echt? Ja, natürlich in Zeitlupe. Na, jetzt aber, oder? Jetzt muss es werden. Jetzt Schluss mit lustig. Lena Wendt, genau. Und jetzt? Und? Hast du relaxed zugehört und entspannt während der Show? Letztes Mal musst du ja hier mit schwer bepackten zwei Kronen aus der Veranstaltung rausgehen. Ja, das hat mir besser gefallen. Ja, naja, nee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du trotzdem hier viele Leute kennst oder kennengelernt hast im letzten Jahr. Ja. Und den einen oder anderen doch gleich hier noch zum Tanzen auffordern wirst oder nicht. Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich letztes Mal auch versucht zu tanzen, das war mir dann aber zu trubelig. Jetzt geht es erstmal an die Bar. Und, ähm, ja, mal gucken, was so der Abend bringt. Letztes Mal übrigens die beiden Kronen, entschuldigung nochmal, dass sie schon während unseres Interviews ausgelaufen sind. Ich habe diesmal persönlich gecheckt, dass alles in Ordnung geht. Hast du dir eigentlich nochmal deine Dankesreden vom letzten Mal irgendwie angeguckt? Das war ja schon ein bisschen Überrumpelung-Style von uns, dass du auch zwei Kronen dann bekommen hast und auch entsprechend zweimal auf die Bühne gehen musstest. Ja, voll. Äh, nee, ich habe es mir ehrlich gesagt nicht nochmal angeguckt. Ich habe, ich gucke mir nichts von mir an. Hättest aber theoretisch sogar dieses Jahr, ich glaube, bei den Kollegen vom anderen Sender irgendwie auf Englisch eine Rede halten müssen und so weiter. Ja. Wäre das gut gegangen? Ich glaube, das wäre total schief gegangen, ehrlich gesagt. Aber meine Reden gehen ja auch auf Deutsch schief, deswegen ist das egal. Nein, so war das nicht. So stimmt ist es gar nicht. Was ist denn jetzt nach Lena Rent? Kommt da jetzt noch was? Du hast ja auch schon Synchronsprechen gemacht, du hast dann diesen What a Man-Song gemacht. Müssen wir uns da jetzt 2012 auf was vorbereiten? Ähm, ich hoffe immer noch auf einen Tatort vielleicht. Na, aber die Chance. Axel Prall, findest du ihn cool? Äh, ja, voll. Wo ist er gerade noch hier gesehen? Wir checken gleich nochmal. Oder wer ist dein Tatort-Kommissar-Favorit? Ich, äh, ich habe keinen Favoriten. Na, ich frage mal an Axel, ich mag den. Und Philipp Porzell, magst du auch? Ja, Philipp Porzell finde ich super. Ich freue mich total, dass Philipp Porzell... Wir haben nur leider beide sein Konzert verpasst. Ja, total doof. Aber, ähm, man kann es sich ja online angucken. Oder jetzt im Fernsehen. Wir zeigen jetzt nochmal einen Auszug aus Philipp Porzells 1Live Kone-Konzert. Es hat heute Abend stattgefunden um 19 Uhr, also als Lena gerade über den roten Teppich gegangen ist und sie einen abgefroren hat, äh, war, ähm, Philipp schon einen Raum weiter, eine Location weiter hinter der Bochumer Jahrhunderthalle und hat, äh, vor ganz kleinem Kreis gespielt. 100 Leute. Voll schön. Philipp ist super. Philipp, wir gucken zu Philipp Porzells 1Live Kone-Konzert. Und wir hören zu.